Annabelle und ich wollen Picknick machen. Wir nehmen die Tasse und die Teekanne. In dieser Box ist eine leckere Überraschung für Annabelle drin. Ein Sommerkleid, Socken und ein Hut. Komm her Annabelle, ich zieh dich um. Und ich mache dir wie ich eine Leckere Beine möchte. will ich mal der Leckere Beine wegnehmen. Ich mache dir nicht ein oder andere Schmerz. Ich mache mir dann die Leckere Beine. Die Lecken, ich mache dir nicht das. Ich mache dir nicht das. Ich mache dir nicht die Leckere Beine. Ich mache dir nicht das. Bleib hier sitzen und ich bereite deinen Kinderwagen vor. Matratze. Kissen. Eine Tasche. Setz dich. Schau, was die Kaputze macht. Da sind Glöckchen dran. Und das ist ein Sonnenschirm. Schau, wie hübsch er ist. Den machen wir am Griff des Kinderwagens fest. Wir nehmen feuchte Tücher mit. Und ein Spielzeug. Wir sind da. Hier machen wir unser Picknick. Ich frage mich, was hier ist. Wir machen. Warum? Wir haben. Okay. Nein. Wir sind einfach. Das ist ein Dessert. Lecker. Probier mal. Ist selber. Gut gemacht. Und jetzt den Mund wischen. Sauber. Hier hast du dein Spielzeug, Annabelle. Oh je, oh je. So nicht. Hier. Hier. Oh je, 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 oh